Heute, so wie immer, so wie das die letzten Jahre immer schon war, wieder Fotoshooting. Da werden wir wieder ein paar Stunden gequält, aber das gehört dazu zum Fußball. Das ist wichtig für die Sponsoren und wenn man natürlich dann so viel Erfolg hat wie zurzeit das Team, dann gibt es halt ein bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz macht ja auch Spass. Ja, macht eher Spass, weil lustige Truppen, so wie immer, und ja, gehört natürlich zu jedem Lehrgang dazu. Schöne Abwechslung, das gehört dazu, das machen wir gerne. Ja, wie gesagt, macht Spaß. Ja, ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil sie überall verteilt sind, weil sie verschiedene Stationen haben. Und auf dem Platz haben sie nur ein Ziel, da müssen sie ein Tor schiessen. Danke. 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 Danke.